herzlich willkommen zu einem neuen video wie versprochen geht es weiter mit der limo mittlerweile haben wir auch ein bisschen zeitnot viele von euch haben auch schon so ein bisschen so kommentiert nach dem motto stresst dich nicht schaut nur solange es dir spaß macht jeder der mich jetzt drei jahre kennt weiß ich schraube generell nur wenn es mir spaß macht beziehungsweise ich schraube nur weil es mir spaß macht weil genau diesen geilen shit dieses zusammenbauen dieses so sich im kopf was überlegen nach ein paar monaten hat man alle teile fertig das zusammensetzen das macht mir einfach so viel spaß dass keine angst ich werde mich niemals stressen lassen und es wird noch weiter spaß machen ja was machen wir heute eigentlich machen wir immer wieder nichts weil ich zeige euch mal wieder eine baustelle also mittlerweile ist passiert las war da hat schon mal die hinteren scheiben eingeklebt gibt es tatsächlich von tradition noch neu auch nicht für viel geld ich glaube 80 euro eine oder so was meinst du wie viele internationale leute mich angeschrieben haben wirklich zehn die fassungslos waren dass es diese scheiben noch gibt weil in deutschland ist das immer so selbstverständlich aber im ausland gibt es scheinbar gar nichts mehr okay so wir brauchen aber diese scheiben als erstes hier drin um jetzt die tür einzustellen das halt die flucht der zierleiste passt weil es gibt nichts schlimmeres als hinten in spiegel zu gucken und man sieht halt genau auf die flucht und es sieht so aus so also habe ich mir gedacht fangen wir mal ein problem ist als erstes muss der türwürf rein damit man das ganze überhaupt machen kann wobei der ist falsch hier ich zeigte mal als allererstes muss der aufprallschutz rein habe ich leider nicht übers herz gebracht diesen unbehandelt einzubauen obwohl man nie wieder drauf guckt aber man weiß ja nie fürs gewissen jetzt ist also ich habe da ehrlich gesagt dass alle allererste mal diesen den den sind dieses aufprallschutzes verstanden ich dachte immer in dieser alustange wenn hier einer gegen fährt diese alustange kann doch nicht so viel stabilität in diese tür rein bringen dass es als aufprallschutz von der seite was bringt so bis ich dann beim einbau festgestellt habe ich zeige das mal hinten hinten habe ich sie nämlich noch nicht eingebaut es geht dabei gar nicht darum dass diese stange nur in der tür drin ist sondern es geht dabei darum diese stange ist schmaler als der türrahmen so das heißt die stützt sich dann hier so ab jetzt so ganz übertrieben dargestellt das heißt die stützt sich im crash falle gar nicht in der tür ab sondern die geht hier außen hinter und greift dann dementsprechend auf die b-säule und auf den ablauf hinten das heißt das ist so wie als wenn ich jetzt mit zwei meter teil durch die tür rennen wollen würde auf einmal festgehalten werde das ist eigentlich die funktion dieser strebe ist wirklich ist wirklich so werden jetzt alle sagen ja philipp ist doch klar so ne ich dachte immer irgendwie die ist in der tür drin soll die tür stabilisieren und nicht einfach dafür da sein dass es nicht durch türkern wie viel das ding jetzt kann ist eine andere sache aber die ingenieure werden sich schon bei dem profil so was beigedacht haben egal das bisschen kommt auf jeden fall rein jetzt zum eigentlichen problem und es geht um die türgriffe so die habe ich mir neu gegönnt weil beim zerlegen ist es schon immer so dass alles was in der tür drin ist diese ganzen splinte sind eigentlich schon so fest korrodiert dass man sie selbst nur beim ausbau schon abbricht deswegen lieber die türgriffe neu gekauft angekommen festgestellt so ist das ganze in der tür drin das ganze so hier drin da kommt zwar eigentlich noch eine coole carbon kappe rüber haha ja aber scheiße wie du siehst ist das nur grundiert und muss lackiert werden also eigentlich atom wir brauchen nicht einmal carbon wird natürlich nicht funktionieren bis zur messe ist auch ein teil was ich extrem schwierig bauen lässt und artium ich weiß artium läuft aktuell auch auf 300 prozent deswegen wo man den damit nicht belästigen aber es muss immerhin schwarz glänzt und lackiert werden weil so geht definitiv nicht das teil können wir so lassen das ist kein problem aber wenn man dann doch nämlich den türgriff hoch macht das ist der eigentliche mechanismus so dann guckt man ja schon irgendwie auf das grundierte teil und dann sieht es glaube ich schon cooler aus wenn schwarz lackiert ist es mehr du weißt dass es da nicht das kann ich auf gar keinen fall so einfach auf gar keinen fall ist aber nicht so schlimm weil wir wollten heute eh wegen einem anderen projekt was hier irgendwann mal vielleicht seht zum lackierer fahren nach magdeburg irgsleben zu christian lackwelt und zufälligerweise weiß ich dass dort eh die kabine heute geheizt ist und vielleicht können die mir ja kurz diese dinge einmal in schwarz überjauchen und dann können wir nicht weitermachen weil der türgriff muss als allererstes komplett drin sein muss nicht aber um die tür vernünftig einzustellen muss die natürlich vernünftig hinten ins schloss fallen was sie jetzt gerade schon macht aber marius und ich werden locker jede tür 200 mal auf und zu machen und jetzt 200 mal hier reingreifen und diesen pimmel runterdrücken geht natürlich schon aber es ist natürlich schon cooler wenn er so drin ist und ich will es einfach final fertig haben das heißt lackieren anbauen dann erst die außenhaut einbauen und dann geht es weiter mit in den scheiben dran los geht's so 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 weiter geht's nicht viel geschafft ich sag euch es ist wirklich die hölle also diese griffe hier rein zu kriegen ist wirklich sportlich hier seht ihr jetzt auf jeden fall warum das ganze lackiert werden musste hier sieht man jetzt schön diese lackierten flächen da kommt jetzt am ende noch eine abdeckung drauf dann sieht man es nicht mehr ganz so aber ich kann das halt unmöglich grundiert einbauen das funktioniert halt einfach nicht so die tür ist jetzt auch soweit vorbereitet also hier ist jetzt theoretisch soweit alles drin jetzt zeige ich euch mal das problem was wir mit diesen griffen haben dies ist der besagte griff dazu gibt es dieses teil jetzt teil von außen teil von innen das geht hier so durch und am ende muss man diese klammer rüber schieben und dann hakt er hier hinter dass das ding nicht mehr raus kann das heißt die klammer muss darüber sieht erstmal einfach aus ist es aber nicht weil jetzt haben wir natürlich das problem dass die carbon tür gegenüber einer blechtür in den bereichen hier natürlich ein bisschen mehr material hat das heißt dieses teil steht einfach weiter ab als bei der blechtür und deswegen sind die dinger so schwierig zu montieren ich weiß noch das war bei der alten limo damals als wir die carbon türen eingebaut haben auch schon riesen riesen thematik das gute ist da an der carbon tür nichts rosten kann können wir diese schutzlippe abnehmen und können quasi die das carbon teil also diesen rahmen direkt auf die carbon tür setzen da sparen wir uns dann immerhin ein paar millimeter weil eigentlich ist das natürlich jedes mal beim griff öffnen würde das auf dem blech ein bisschen schubbern das würde von innen anfangen zu rosten mit dem wasser bei unserer keffler tür von innen sei das erstmal zu vernachlässchen so okay das heißt der teil kommt so rein dann kommt dieser teil so und jetzt seht ihr hier das problem eigentlich muss ich Kevin film mal hier so genau diese spange muss ich jetzt dahinter drücken aber ihr seht ja jetzt schon dass da eigentlich gar nicht genug die kann ja schon fast gar nicht runter greifen da fehlt einfach auch naja da fehlt immer noch ein millimeter das heißt das allererste was ich jetzt mache ist folgendes zumindest bei der tür gemacht habe ich wollte euch das jetzt einfach nur nochmal zeigen als hilfe ich habe mir eine pfeile genommen und pfeile hier in die richtung einen kleinen winkel dass quasi hier eine schräge drin ist dass der bügel der so runter greift deutlich entspannter leichter reinrutschen kann dann haben wir natürlich am ende trotzdem brutal vorspannung auf den griff das sehe ich aber eigentlich nicht als schlimm so wichtig ist halt dass der bügel erstmal hier hinter greifen kann ist zum glück aus alu wie ihr seht das heißt das geht relativ einfach so die hier sind ein bisschen schwieriger weil ein bisschen weniger Platz ist jetzt haben wir hier ganz leicht so einen leichten winkel rein gefeilt dass einfach die spange die wir gleich reinschieben ein bisschen einfacher greift so und jetzt müssen wir den bügel rüberkriegen jetzt probieren wir nochmal eine sache wir können mal testen wenn wir so eine schöne große Zange nehmen ob wir das ganze ein bisschen schon vorgespannt kriegen das ist natürlich das sind immer Arbeiten die eigentlich will man sie gar nicht machen weil die Chance steht leider immer ziemlich hoch dass man als Beispiel abrutscht und zack in der Tür hängt und das wäre das letzte was wir gebrauchen können jetzt boah ich einmal die Zange ne sollt ich mir was geben jetzt boah ich einmal die Zange ne wo wir hier ansetzen können das wäre auch zu einfach gewesen weil wir sind zwar mit dem hinteren drunter haben wir den vorderen nicht also wieder zurück und nächster versuch ja ich sag euch leute diese ich glaube die tür also ich würde wirklich lieber 40 mal den motor ein und ausbauen als an diesem frisch lackierten auto diese scheiße zu bauen das witzige ist immer wenn man wenn es dann erstmal so wie jetzt gerade drunter geflutscht ist das heißt beide spangen sind jetzt unter der arretierung dann geht es wirklich butterweich rein so jetzt muss man vorher immer nur einmal gucken dass der griff vernünftig ausgerichtet ist in der schale den kann man ein bisschen verschieben man sieht jetzt gerade das ein bisschen zu weit hier vorne schon ist das heißt er muss ein bisschen weiter zurück und jetzt hier einfach hat er sich wieder mit bewegt weil wir spannen jetzt natürlich mit dem festziehen spannen wir ihn jetzt natürlich vor das heißt wenn er jetzt gleich vor gespannt ist werden wir natürlich keine wegkriegen ja das ist ein teil von hunderten warum es so lange dauert diese scheiße tun zu bauen sorry dass ich ein bisschen rumfluchen bin aber es macht's zwar spaß aber es ist so zeitintensiv weil jetzt geht es weiter die ganzen kabel die hier durchlaufen hier fehlen natürlich die ganzen klipse die original sind das heißt hier muss ich jetzt überall mit kleber noch so kleine nasen ankleben um mit kabelbindern an die kabel festzumachen weil die scheibe darf natürlich nicht im weg sein ja okay das heißt zwei haben wir geschafft an der stelle eine sache kann ich euch noch zeigen diese leiste hier ein geschenk aus österreich ich mache mal eine infokarte rein wir waren bei toro elite bei den klaus peter krennmeier zu besuch ihr erinnert euch an den rs 4 wo wirklich alles aus karbon ist und der baut diese leisten aus karbon nach dazu gehören auch noch diese kleinen dreiecke das kommt quasi hinten rein zack wirklich voll karbon also nichts auflamiertes das heißt selbst die teile sind wieder vielen dank klausi an das kleine geschenk hat mich sehr gefreut und kommt auch optisch irgendwie geil andere seite bin ich schon ein bisschen weiter sieht das ganze nämlich schon so aus und dann wird das ganze so langsam auto ja das sieht schon ziemlich gut aus kannst du das so einfangen ja geht aus der perspektive ich finde das auch gerade geil mit den sachen in karbon weil das passt sich irgendwie passt sich das in die ganze siluette rein die hintere tür passt auch schon erstaunlich gut die vordere noch nicht das ist dann auf jeden fall die nächste aufgabe von marius und mir die türen einstellen wie geht es weiter was extrem cool ist auf jeden fall den rahmen habe ich einmal bei meinem stammpulverer der mich aktuell auch hast trotzdem vielen dank jörg firma daio aus gabsen hier direkt bei uns im ecke einmal pulver lassen die besagten neuen dichtung und neue scheibe das ist halt einfach ja brutal türen einstellen wird ein witziges video habe ich mir überlegt testen wir mal so ein bisschen so eine ego perspektive sagt meine ego perspektive kann man sagen also auf jeden fall ich gucke mal dass ich mir die kamera hier so hin macht damit der marius und mich mal so richtig fluchen hört wie wir in die türen einstellen problem ist nur reihenfolge beim tür einstellen nur ganz kurz als allererstes muss das türblatt eingestellt werden wie es jetzt auf der anderen seite ist ohne diesen rahmen dafür muss natürlich das schloss drin sein weil wir eine millionen mal die tür offen zu machen wenn das fertig ist kommt der rahmen rein man stellt den rahmen ein muss natürlich alles wieder verstellt werden wenn das eingestellt ist kommt die türdichtung rein und das verstellt sich wieder alles gerade bei neuen türdichtungen deswegen boah das wird das wird sowohl vom schnitt her als auch vom video her auf jeden fall saftig ja nee aber sonst so sonst so neuer türrahmen die gibt es tatsächlich dass wir so ein typisches teil die gibt es theoretisch bei traditionen neu zu kaufen bringt aber wirklich rein gar nichts in dem fall weil das ist einfach nur alu was pulver beschichtet wird das heißt einmal pulver beschichten das teil und schon sieht das so cool aus so jetzt damit im video hier auch noch ein bisschen mehr passiert montieren wir noch ein teil letztes video haben wir über den besagten r8 gt alu bremskraftverstärker gesprochen so das ist dieses teil ich gedacht baust du ein pußekuchen baust du nicht ein weil passt nicht so warum passt nicht diese länge ist zu lang das heißt wenn man den originalen dagegen nimmt jetzt ist es angepasst die stange war viel zu lang das heißt wir mussten die stange kürzen und das richtige maß einstellen also es gibt ein maß von anschraubfläche bis zu dem kugelpunkt den musste man anstellen so dann wollte ich gestern in guter laune bremskraftverstärker einbauen der wird einfach durch die spritzwand gesteckt dann kommt von innen die pedale wie gegen so kluck und schon wird das ganze verschraubt und fertig so pußekuchen weil wie ihr seht hat dieses teil eine zentrierung in dem lagerbock das heißt diese nase greift hier rein diese nase hier ist klein jeder normale mensch wird es einfach anschrauben und wird schon passen aber ihr dürft nicht vergessen man tritt jedes mal wenn man die bremse tritt will dieses teil nach vorne im motorraum das heißt das fängt an zu arbeiten so eine passung ist immer dafür da dass es erst gar nicht arbeiten kann und somit auch erst gar nicht den lack zerschrabbeln kann und so weiter deswegen einmal schnell zu filke fahren und schnell zwei kleine dinger gedreht aus alu die hier genau reinpassen kluck und auf der gegenseite hier genau drauf passen so das heißt mit diesen Adaptern dazwischen wird der Bremskraftverstärker da perfekt reinpassen so die schlagen wir da gleich noch drauf und dann sind die da entfest jetzt ist allerdings noch eine Sache original ist hier so eine Dichtung zwischen diese Dichtung gibt es hier nicht weil hier ein Abwerk so ein Adapter dazwischen ist aber ich würde auf jeden Fall gerne eine Dichtung zwischen machen warum weil dieser Bremskraftverstärker sitzt ja hier dran das heißt falls hier mal Wasser runter kommt und an dieser Kante runter läuft was nicht gerade selten unselten vorkommt weil jeder der ein B5 hat weiß dass gerne mal unter der Batterie Wasser steht dann kann theoretisch das Wasser hier an dieser Verschraubung vorbei in den Innenraum so deswegen muss man das hier eigentlich abdichten so und da muss ich jetzt einmal kurz was suchen was wir hier inzwischen machen zum Abdichten und dann geht es weiter so ich habe mich mal auf unserer Baustelle bedient und zwar gibt es dort dieses Dämmmaterial jeder kennt das was man gerne zum Abdichten nimmt und ich glaube das finde ich ganz gut weil das lässt sich an der Spritzwand auf jeden Fall komplett zusammenziehen und das kleben wir da jetzt hin so in einem Teil werden wir es eh nicht hinkriegen doch so könnten wir es sogar tatsächlich in einem Teil hinkriegen das heißt wir müssen jetzt als allererstes eine Loch in der Mitte machen nicht dass wir unsere Platte hier zerkratzen gibt es mir Ärger gute Flexplatte kann ich übrigens jedem empfehlen denkt man immer so gar nicht drüber nach wenn ihr was durchflexen wollt nehmt euch aber eine Holzplatte wo ihr am Ende rein flext macht wirklich das Leben einfacher so jetzt müssen wir da in der Mitte ein Loch rein kriegen jetzt hoffen wir dass unser Katameter da mitspielt schön wäre jetzt natürlich irgendwas klebendes was eine Klebefolie hat das ich nicht die ganze Zeit auf dem Klebenden rum fassen muss also haben wir jetzt nur das gerade und ich will jetzt unbedingt noch ein Erfolgserlebnis heute haben das heißt dieser Bremskraftverstärker muss da rein auch guckst du es nicht das war so nicht schön aber auf jeden Fall besser als ohne jetzt ganz wichtig ist dass ihr bis um die Löcher rum geht weil es kann natürlich auch über die Löcher rein laufen am Ende aber das sind halt so die Sachen man kann so ein Auto halt entweder einfach nur zusammenschmeißen oder man macht es halt mit Liebe und dann findet man an allen Ecken immer wieder Stellen und dann doch wieder nochmal eine Dichtung gemacht jetzt kommt gleich nämlich das besagt ja doch geht's über ganz oft hat man jetzt den das Glück das wirklich so gar nicht mehr abgeht hier seht ihr jetzt die Alusscheiben die sind ja schon drauf realistisch wird dieses Auto eh so gut wie kein Wasser sehen fürs Gewissen so jetzt kann er rein also film mal von von da so weil hier sieht man jetzt gleich mal wie eng das ganze zur Spritzwand ist also ich muss den hier wirklich hier liegt da jetzt theoretisch schon an der Hauptbremszylinder der passt da wirklich so auf einen Millimeter gerade mal rein so jetzt guck ich mal einmal von innen genau so muss er jetzt das ist wieder so ein Punkt stellt euch mal vor man will was schaffen ich habe jetzt schon wieder das Armaturenbrett drin Mittelkasten drin Gebläsekasten drin alles drin und ihr wollt das Ding einbauen dann macht ihr direkt dann könnt ihr einfach direkt Feuer machen weil die wenn man da so ah siehst du ja Vorführeffekt also hier raussehen Kollegen die Schraube wird noch gehen aber die hier eigentlich muss man das sogar noch machen wenn da nicht mal die Tür drin ist wir brauchen noch einen Helfner an dir ja so wird der neue Kameramann hier direkt zum Schrauben verhaftet du musst eigentlich nichts machen außer die Komme hier hoch ja halt mal so ein bisschen deinen Finger da so auf dass das da so ein bisschen alles so nicht weg kann ok krieg ich hin ich gehe von innen rein und drücke die Pedalerie legen und dann kannst du irgendwann anfangen die Schraube zu drehen ja ok oben auch ja so Feuer Taufe bestanden kannst anfangen zu beschrauben geil so der Rest ist jetzt nicht so schlimm weil jetzt ziehen wir es einfach nur gegen und da das ganze so schön zentriert ist wird sich das am Ende auch noch schön zentriert und jetzt merkt man hier auch schon wie der in der Führung schon drin ist das heißt der Bremskraft Verstärker wird jetzt in der Spritzwand geführt und dazu auch noch im Pedalerie Bock so wie sich das Audi damals am Werk auch gedacht hatte denn wieder ok und jetzt habe ich einen für euch ja Was denkst du was jetzt ist? Nicht ganz fest würde ich sagen, oder? Schraube zu lang. Dadurch, dass wir hier hinter vom R8 den Spacer weggenommen haben, bin ich jetzt mit der Schraube am Anschlag. Es fehlen aber noch zwei, drei Millimeter hier. Was jetzt nicht schlimm ist, können wir einfach kürzere nehmen, aber ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung, dass die Schraube am Anschlag ist. Ich sehe sogar im Sackloch das Ende von der Schraube. Das ganze kommt daher, zeige ich euch. Auf dem R8 Bremskraftverstärker ist ab Werk, diese Platte ist ab Werk drauf, die ist hinten hinter. Das ist nämlich auch wieder die besagte Dichtung. Ach guck mal, die Dichtung hätten wir, okay die geht kaputt, hätten wir nicht nehmen können. Dieser Adapter ist dazwischen und das ist jetzt genau die Schraubenlänge, die uns fehlt. Tja, das ist Tuning, aber geil aussehen tut er trotzdem schon mal. Also Ende vom Lied ist einfach, ich habe jetzt die Schrauben vom R8 genommen, war natürlich falsch. Wir brauchen die Schrauben vom B5. So, das heißt, einmal wieder neue Schrauben bestellen und weiter geht's. Wie geht es weiter? Relativ einfach. Als nächstes kommt wohl das hässlichste Teil von allen rein. Das heißt, dieser ABS-Bock. Hier unten sitzt ein Steuergerät dran bzw. in dem Fall hier an der Seite. Hier gehen alle vier Räder raus. Das heißt, ich trete die Bremse, ich gehe mit Bremsdruck hier rein und das ABS-Steuergerät verteilt quasi den Bremsdruck auf die vier Räder, passend dazu, ob sie durchdrehen oder nicht. So, dieses Teil können wir nicht neu kaufen. Kann man vielleicht schon. Kostet aber glaube ich 2.000 Euro oder so. Dafür, dass ein Normalfahrer mit einem schönen Wetterfahrzeug eigentlich nie im ABS fährt, ist es eigentlich verschenktes Geld dafür, dass die funktionieren. So, deswegen müssen wir diesen Bock jetzt aufarbeiten. Das können wir nur mit Trockenheiß machen. Das heißt, der muss einmal mit Trockenheiß gestrahlt werden und bauen ihn ein. Jetzt war noch die Frage, welches ABS bauen wir ein, weil dieses Fahrzeug hatte in den Baujahren schon ein ESP. Das heißt, unter diesem ABS-Bock sitzt noch eine Pumpe, die quasi Bremsdruck erzeugen kann, während ihr nicht auf der Bremse steht. Sogenannte ESP. Das heißt, Vollgas, Kurve, Arsch kommt rum. In dem Moment bremst er die Hinterräder ein. Zum Einbremsen braucht er einen Bremsdruck. Wo kommt dieser Bremsdruck her, wenn ihr gerade nicht bremst? Natürlich von der Pumpe da drunter. Jetzt haben wir lange überlegt, was machen wir? Was setzen wir hier hin? Ich bin zum Entschluss gekommen, ich baue das originale ESP wieder ein, weil dieses schon CAN-Bus fähig ist. Das heißt, man hat auf dem CAN-Bus, ich mache mal eine Infokarte rein, C wie CAN-Bus, was ist CAN-Bus, haben wir alle Daten von dem ESP liegen. Das heißt, wir haben auf dem CAN-Bus jede Raddrehzahl liegen. Wir können sehen, wie er durchdreht. Wir können auslesen die Beschleunigungskraft, links, rechts, vorne, hinten von dem Gierratensensor und haufenweise so ein Zeug. Das heißt, für uns unterm Strich ist es schon geiler, das originale ESP zu haben. Das heißt, als nächstes, wenn ich die passenden Schrauben habe, geht es weiter mit ABS rein. Bremsleitungen, Tank, Achsen, Türen einstellen, ein bisschen Motor und ich befürchte, dann wird auch ESP-Motorschau schon vor der Tür stehen. Ja, mit diesem Video verabschiede ich mich in den nächsten Schrauberwahn, ein bisschen aus meinem Alltag. Ihr seht, es ist immer nicht ganz so einfach, wie man denkt, zumindest wenn man es perfekt bauen will, aber das werde ich weiterhin machen und ich freue mich, dass es euch weiterhin so viel Spaß macht, das Projekt und dass ihr euch alle schon darauf freut, das Auto auf ESP-Motorschau zu sehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.